Sehr geil. Der Chef weiß, dass wir... Was ist mit dir? Ich kann nicht fliegen, sorry. Sehr geil. Alter, was willst du, du Assi? Ich knüppel dich gleich mit dem... Ich knüppel dich auch gleich. Nein, das können wir jetzt natürlich nicht sagen. Nee, bei mir müsste Hip-Hop rein spielen. Hi. A, M, C, A. Okay. Ja, also ein Bart tragen ist Pflicht. Kannst du ja bei meiner Schwester sehen. Das stimmt, ne? Hallo. Hallo. Was machen Sie? Wir überraschen jemand. Wir haben ein Auto für ihn hier und wir überraschen ihn. Oh, ich will ihn nicht kaputt machen. Oh Gott, ich bin ganz vorsichtig. Gehen Sie ruhig. Oh. Hier geht's zum neuen Video und hier unten zum Abo. Und vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, sonst verpasst du noch ein Video. Oh.